Was ist los mit dir? Bist du hingefallen? Ich habe ein Geräusch gehört. Ich komme kaum über die Treppe. Ich habe diese Muskelschmerzen. Das ist ja nett, dass du mich beruhigst. Aber was habe ich jetzt denn? Boah, es wird schlimmer. Jetzt hör doch langsam auf damit. Du schwitzt doch schon total stark. Es tut dir nichts weh. Nein. Wenn ich noch mehr ist, muss ich glaube ich wieder brechen. Was? Davon weiß ich gar nicht. Warum erzählst du mir sowas nicht? Also gefährlich schaut es nicht aus für mich. Aber was genau das ist, kann ich nicht sagen. Kannst du ja mal googeln. Ach, geh lieber gleich zum Arzt. Ich mache mir langsam Sorgen. Herzlich willkommen zum Online-Kurs Krankheiten bestimmen mit dem Internet. Mein Name ist Dr. Kurt Oser. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin in Graz. Und ich durfte für das ganze Team sechs Krankheitsbilder gestalten. Gemeinsam mit den dazuberehenden Diagnosen und Differenzialdiagnosen. Und es wird die Aufgabe dieses Kurses sein, dann zu schauen, wie weit unter Zuhilvernahme des Internets Sie in der Lage sind, die Diagnosen zu stellen. Bitte sehr. Nein. Gill Storm. Untertitelung des ZDF, 2020